Nächste Woche muss ich an die Ostfront. Auf ein Schiff. Wenn du nimmer heimkommst. Mach auf, Rosa! Das ist der Peter! Das schreckt. Dann schmeiß ich den Berg runter. Das ist ein Leuchte. Das sagst du nimmer! Wir haben ja gesehen ihn, Hans, wie bei ihr gelegen ist. Ich glaube, es ist was passiert, bevor der Hans gegangen ist. Der Tanz ist frei. Such dir einen anderen zu tanzen. Kerto! Lass dich die Finger von mir! Die Lernmutter. Die Lern kommt dieses Jahr schon früher. Heute wird's gefährlich. Außerdem gibt's schon die Lern an der Seite. Aus der Lern kommt keiner mehr raus. Hast du die Hose gesehen? Diesmal nehmt. Tja. Tja. Vielen Dank.